Hallo und willkommen zur zweiten Folge von HZ4M4 zusammen mit Apfel. Hallo. Und ja, gibt eigentlich nichts zu sagen, also fangen wir gleich wieder an. Vielleicht können wir dieses Mal die Folge durch den Kästel endlich durchbrechen. Sieht aber noch nicht so aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Schwerpunkte noch. Und dann ist Belgier in meine Marionette. Man kann Nebelwerfer machen? Was ist das denn? Ja, auf Deutsch eigentlich Rauchgranaten. Nee, das ist bei Artillerie. Nichts Rauchgranaten. Das sieht aus wie so eine Nebelmaschine. Hm. Schwerer Fall, die sind dann im Zweiten Weltkrieg mit so einer Nebelmaschine rumgelaufen, einfach nur um die Gegner zu verwirren. Das... Ich will jetzt endlich mal diesen dreiteiligen Bürgerkrieg in der Türkei sehen, Alter. Ich glaube, das ist nur ein Gerücht, den gibt's gar nicht. Ich habe ihn mit eigener Augen gesehen. Das hast du ja schon mal gesehen. Ja, nicht, wenn ich selber gespielt habe. Hm. Okay, wenn Belgier in keine Teile von Frankreich oben bekommt, dann las Belgier wenigstens in Afrika ausbauen. Okay, dann bin ich dabei. Warum ist... Das ist jetzt der zweite König, der von mir stirbt. Ja. Ich weiß. Ich habe es selbst schon mal als... ...Egner gespielt. Schlimm war die Sterbe. Die sterben wie die Fliegen. Schlimm, das wird nicht der letzte sein, der stirbt. So, dann haben wir wieder mal einen. Mexiko hält das Ereignis. Ein British Empire klappt Mexiko den Krieg. Nein. Alles beziehungsweise British Empire um Minus 100 Veränder hält das Ereignis mit. Ja, nein. Also krieg ich schon mal dreimal nicht. Naja, also keine Ahnung. Das hatte ich letztens nicht. Dann am besten das andere, wo kein Krieg ist. Wir sind gleich in deinem Gebiet. Wir müssen auch einen Fluss überqueren. Alter, mir fehlt nicht mehr viel Mannstärke, dann kann ich Österreich fordern. Nice. So, meine Truppen helfen in Kessel, Jahr 92 Grün. Ja, jetzt geht's ab. Und dann Kessel und Madrid, wo mindestens drei Truppen drin sind. Wenn nicht sogar fünf, in Toledo stehen sicher auch noch zwei oder drei. Das ist schon lecker. Ja, wir haben den Kessel. Ab nach Madrid. Weißer Frieden, schön. So, ich versuche jetzt erstmal nur einen Glück in Toledo rein. Ja, ich auch. Ja, läuft schon. 85 plus 86. Die werden sich nie lange halten unter nach Madrid. Nein, wir müssen müssen. Ist aber auch egal. Was machen die denn? Sind das Idioten? Die lassen sie fast raus marschieren lassen? Hast du das gesehen? Ja. Nein. Ja. Was zur Hölle? Weniger als einen Tag unter na 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 na. Jetzt auf nach Madrid. Mach 6 Fokus-Dinger, dann gehört mir... ...Bärchen. Schaut mal, Tritt sieht gerade nicht so rosig aus. Ja, ich kann auch gerade noch nicht heimarschieren, weil ich... ...weil die versuchen bei mir rein zu marschieren und jetzt geht's. Aufmachen, Tritt. Fünf Truppen stehen da drin. Alter. Zehn Angreifer, fünf Verteidiger da, noch 50 Tage, 30. Okay, jetzt geht's runter. Jetzt müssen wir es abgehen. Zwei. Aber es sind schon zwei gestorben. Oh, lol. Weniger als ein Tag. Nur noch eine Division. Perfekt. Matut gehört uns. Da wurden sie besetzt. So, dann schau ich mal, dass ich oben irgendwie ein bisschen helfe. Naja, ich geh mal nach Richtung Barcelona-Grenze. Jupp. Ich schau, dass ich es auf eine Front verringere. Warum ist keiner meiner Flieger mehr auf... ...Belge hingesetzt? Hä? Wo sind meine Flieger hin? Nein. Wo sind deine Flieger? Die sind alle auf dem Flugzeugträger. Du wolltest unbedingt Flugzeugträger bauen. Also beschwer dich nicht. Die sind gerade auf der Mission. Wo sind meine Flugzeugträger? Okay. Gut, gut. Wo ist die Produktion meiner Flugzeugträger? Abbrechen. Auf welche Mission sind da die Flugzeugträger? Ich weiß es nicht. Ich hab meine Flieger geklaut. Oh yeah, ich hab dir einen Hafen. Jetzt gibt's einen Kessel. Ich kann die Flugzeugträger nicht auflösen. Kessel mit drei. Spanien drinnen ist lecker. Mittlerweile ist es nur ein Spanier. Ich schaff's nicht nach Barcelona durchzubrechen. Ich hab denen oben gerade ihren letzten Hafen genommen. Nice. Ja, ich schoss aber nicht in Richtung Barcelona durchzubrechen. Ja, das wird schon. Wir werden ja mittlerweile auch nicht stärker. Ich will endlich Belgien haben. Oh shit, here we go again. Sechs Spanische Truppen im Kessel. Lecker. Fünf. Ach du Scheiße! Wie viele kennen... Wie schön wie unten immer steht, der Krieg eskaliert. Was? Aber seid doch hier schon ein bisschen Richtung Barcelona vorgebrochen, oder? Täuscht das? Nein, das haben wir nicht. Kein Stückchen. Übrigens, ich hab grad einen... Kessel. Und... Wir sind jetzt gleich in Barcelona. Ab Barcelona. Und die haben keinen Haufen mehr. Du hast Barcelona? Ab Barcelona. Als ob der Krieg immer noch nicht vorbei ist. Nee. Aber ich redier die jetzt hier oben aus. Nein, was macht Spaß? Okay, der Krieg ist vorbei. Puh. Warum was aus Spanien gemacht? Die haben die Leute einfach durchgelassen oben. Ich seh meine Truppen nicht. Das ist ganz darum, dass die wieder draußen sind. Oh nein. So, ich hab die Mannstärke für Österreich und für die Ostgebiete. Aber ich hab noch einen anderen Fokus drin. Heißt, in zwölf Tagen kann ich erst mit dem Anschluss beginnen. Ich meine, wir warten schon in Österreich am Hafen, Alter. Seit Jahren stehen die ja schon am Hafen. Blicken wir den Ärmelkanal. Da drüben. In zwei Jahren. Wie kann das alles jetzt jetzt 10%... Ähm... ...Weltspannung erzeugt haben? Ist ja bisher noch nichts passiert. Außer... Außer... Außer Japan. Asien. Asien hat einen Weltuntergang. Ist ja noch nichts passiert. Ja wen interessiert's denn? Was ist in Asien passiert? Wen? Ja gut. Stimmt auch wieder. 50... 50... 60... 160... ...Tage... ... 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